Morgen, den 5.7., also der Freitag, um 17 Uhr, gibt es hier auf Twitch TV, Link in der Beschreibung, einen Livestream mit mir, der Sayumi, und ich spiele ein bisschen Pokémon, Randomizer Nuzlocke wahrscheinlich. Welche Edition, da bin ich mir noch nicht drüber im Klaren. Ja, ich hab's geklaut, ich weiß doch nichts. Und ich hoffe, es kommen ein paar zum Zugucken und ja, das Ganze wird so bis halb 10 gehen. Also freue ich mich auf euch und weil ich danach ins Kino muss. Also ich kann leider nicht länger, es ist, ja, egal. Also bis dahin, Leute, bis morgen, für die, die kommen, tschüss. Und für die anderen, ja, bis zu den Videos. Tschaui.